Ich werde schon reingekommen, aber ich will schon reingekommen jetzt. Oh, Mami! Nass auf den Arm! Schenke, schenke, schenke! Mama, Mama! Ich kann es nicht halten. Die Hexe war in den letzten Tagen nicht sehr freundlich zu Hänsel und Grete. Mehrmals am Tag lief sie zum Stall, um zu sehen, ob Hänsel schon fett genug war, um ihn beraten zu können. Doch der steckte immer nur eine Zuckerstange durch das Gitter und weil die Hexe nicht mehr richtig gut sehen konnte, bemerkte sie das nicht. Gretel musste schwer arbeiten, aber nichts konnte sie der Hexe recht machen. Immer wieder hoffte Gretel auf eine Gelegenheit, dass die Hexe nicht aufpasste, damit sie Hänsel aus dem Stall befreien konnte. Und eines Tages war es dann soweit. Zufallmassen EEEEEE! hääääääääääääääääääääääääääää Kannst du hier los, ja standardized seil Realnal documents Äääääääääääaaääääääääääääääääääääääöö Na, mein Junge! Warum isst du denn nicht richtig? Warum nimmst du denn nicht zu? Du bist ja nur nach Haut und Knochen. Wie soll ich denn da satt werden? Und du, Dennis, schau rum. Ich pack dich. Schick dich. Bleißig sein. Schneller. Bitte, halt den Ofen an. Und senk den Tisch. Ich will nicht länger warten. Kann ich nicht auf den Arm nehmen, oder? Ach, nicht mal nass kannst du richtig. Alles muss man alleine machen. Was ist denn das nur für ungeschickte Kinder? Komm raus, Brüder. Komm raus, Gräte. Und sammel Feuerholz. Kann sie das ja mal. Die Feuerholz sammeln. Schick dich. Alles muss man alleine in der Waffe. Alles muss man alleine in der Waffe. Ich bingirl. Alles muss man alleine in der Waffe. Alles muss man alleine in der Waffe. Das sind sie nicht alleine und ihnen noch Deutsche ja Mal. Alles muss man alleine da machen. Alles muss man alleine in der Waffe. Alles muss man alleine auch lachen, oder? Alles muss man alleine in der Waffe. Nein! 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 Ihr Kind noch! Wir lieben! Nein! Ich bin doch eine alte Frau! Nein! Ich bin in den Ofen! Lasst mich lieben! Ich geb euch auch all meine Schätze, all mein Gewinn, nach! Ja! Gummisch in den Ofen! Nein! Warum schütteln die in den Ofen? Weil die böse ist. Hilfe! 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 Verschwinde aus diesem Wald und unserem Land, lasst sich hier nie, nie wiedersehen! Ho! 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 wuuuu! ha, ha, ha! Wae daorarzen... Wicht zum tape! ...